angekommen jetzt brauche ich nur noch 223 km laufen super idee ich glaube ich spinne ich weiß gar nicht mehr warum ich das mache aber egal ich versuch es so was musst du aufnehmen das glaubt kein mensch ich bin hier in norddeutschland und das geht hier hoch wie im harz haben wir heute voll krass